Oh, dann wird er auch geh'n. Ich weiß nicht, ob man K.U. so schreibt, ist mir egal. K.U., warte, who? Ne, K.U. ist richtig geschrieben. Ja, geil. Ich bin schon K.U. so viel. Bist du über 18? Fabi, bist du über 18? Was? Ich bin schon K.U. so viel. I.M.O. ist zurück, ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Ich bin im Herzen jung. Aybot. Aybo. Es ist Pferd, du kannst dir nichts sagen. Hurenpferd. Hurensohn. Huren? Huren? Das schreib' ich nicht. Ich dachte, die schreib' dir das Huzo oder dahin. Oder so'n Shit. Hast du's? Hast du's. Hurenpferd. Hurenpferd. Mitten, der Dreck ist wütend. Aber Pia ist wohl die Einzige, die sich nicht mehr die Mühe gibt, zu versuchen, das zu zeichnen. Aybot. Ist Pia nicht vorhin gekickt worden oder so? Sie zeichnet halt nicht. Sie schreibt jemand die Lösung drin. Ich wollte sie nicht kicken, weil wir dann weniger. Parking Meter. Weil wir dann weniger Leute haben für die dritte Runde, aber es ist dir dann jemand nachgeschaut. Parking Meter. Ist das überhaupt ein Deutscher? Wir werden's rausfinden. Weil der Name, der zeigt dir was anderes. Aybot hat uns nicht guten Tag gesagt. Er ist unsympathischer geworden. Nein. Ist nicht Krippungsgasse. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wie geht's denn? Bisher war das nicht so. Nadinchen klug. Parking Meter. Nadinchen hat das Wort sogar gelöst. Du bist Mädel? Da bläst mein Mädel. Jaas. Jaas. Ja. Achso, Banane ist jetzt auch da von seiner Freundesgruppe. Scheiße. Ja. Ich... Jojo, Jojo, Jojo. Ich... Ich gucke dich aus wie eine Banane. Jaja. Es geht ja auch da. Es geht jetzt sich an. Der Name kommt jetzt an eine Muttermann ins Gehings gebracht. In Norwegen ist er verboten. Inzwischen ist er übrigens wieder erlaubt. Scheiße. Ja, ich hab's doch aufgebaut. Ernst Bischof. Ernst Bischof. Was ist denn das? Nadinchen. Schirmherr. Jetzt weiß ich's, ich weiß es, ich weiß es. Selbst Nadinchen besser. Nadinchen. Kanane? Ach Gott. Ich will das nicht zeigen. Ich hasse den. Ich will das nicht zeigen. Schilly. Alter, der ist richtig krass. Äh. Was ist denn das zweite? Das ist lustig. Was ist denn das? Was ist denn das? Wie ist denn das? Nein. Manninchen. Du musst be-rebrebreben glauben? Ja. Ich will mir das Logo. Logo? bmw logo war mein logo was für ein logo ich sehe es die kopfhörer machen die ganze zeit fahrer sieht nicht ansatzweise das ist jetzt aber die jetzt so näher die letzten acht wörter alle zeichnen zum letzten mal was hat jemand gekickt die letzten wörter ja ich bin zu langsam bb ok die Leute sind nur noch durch ich denke wir haben einen guten Zeitpunkt zum aufhören dann auch weil die Leute wirklich nur noch durchdrehen du hackst doch er ist ganz schön wütend dieser Trick ob 10 fern ich schicke dir dann noch ein Bild von mir jetzt es verliert alles ich will nur sagen ich habe sie nicht danach gefragt das ist nicht vererzt welche Beutel ist das doch so blöd kann keiner sein was denn ich dachte Beutel nicht passt du bist stecker du bist gar nicht grüßig grüßig geiler geiler i bot i bot i bot Tobi Tobi das könnte jetzt Nadinchen werden, das wird Nadinchen, okay das wird Nadinchen sie würde sich so sehr freuen noch mal verewigt zu werden zum schluss Keks? Keks? Wütender Dreck bitte schlauer werden? Keks, nicht das Gebeck. Wütender Dreck bitte schlauer werden Keks, ja dann kann ich dir auch nicht mehr helfen also wenn du Keks schreibst Nadinchen, das ist doch Bausucker, isst Wütender Dreck, der letzte No Name und dann kommt die Stammläufe ich merke auch, dass nach immer 4 Stunden mein Hirn langsam intoniert mit Nadinchen Ah, Vibe! Boah, das ist ein richtiges Rätsel gerade Was kommt da hin auf die andere Seite? Hier kommt noch irgendein gutes Wort Weil du einer bist Weil du einer bist Lieb dir nicht vor Deswegen habe ich es ja extra so geschrieben, dass das nicht ganz so schlimm ist Guck mal, das ist sogar das Wort jetzt gerade So proud So proud Liebe Kuchen Wütender Dreck Auf Ich würde es noch an eine andere Stelle machen, aber dann geht das in eine ganz falsche Richtung Ich habe keine Ahnung, was du hier vorhast Ich weiß einfach nicht genau Was das werden soll Boah Der Hacker Aber wie hätte man da sonst zeichnen sollen? Ich habe keine Ahnung, wo Also besser, ja, aber sonst Es ist nicht Blutverlust Aber nah dran Ich habe es dadurch gecheckt, dass in der Mitte ER steht Da habe ich mir gedacht, Blut würde schon vorne stehen Dann stand da halt Blut da Und dann musste ja irgendwie das zu Ende, ja Na Bienchen Das ist eigentlich falsch Ich hätte noch William Wallace gehabt, wer auch immer das ist Heiß 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 Loll Mein Mann, das hat sich ganz schön verändert Im Moment, das hat sich ganz schön verändert Ich mag wirklich diesen Abstand So zwischen uns 1300 Punkte Und zwischen mir und Fabian noch mal 1000 Punkte Wer sind die krassen Hacker? Das würden natürlich schreiben können Boah Das würden er den schreiben können. Primathund ist Winker in Anders. Bitte was? Hat iBot geschrieben. Ich weiß aber nicht, was er aussagen will. Kein Plan. Primathund, hab ein bisschen Angst vor dir. Von Bananen. Wie schreibt man das? Mann, Fabi. Das ist mal weird. So. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist so scheiße. Das ist das letzte Wort, ne? Ich schreib nicht Penis, Fabi. Ich schreib nicht Penis. Das kannst du noch so sehr von mir finden, aber... Er steht, es ist ein Pferd sein müssen jetzt eigentlich. Primathund, das ist beängstigend. Ozzolot? Ist es Ozzolot? Das ist nicht jene. Das ist Pudel. Was ist denn das für ein Wurst? Wurst, Korbich? Korbi? Korbi? Ja, wir können zusammenfassen, Bananen hat scheinbar Angst vor mir. Ich kann zwei Viertel, eine vor fünf Buchstaben machen. Das ist doch nicht Absicht, dass du Korbi zuerst hingeschrieben hast. Das ist keine Absicht. Die Leute werden langsam etwas komisch. Ich denke, wir haben einen guten Zeitpunkt gefunden, um aufzuhören. Neue Runde, neues Glück. Ja, wütender Dreck. Jetzt schaffst du es vielleicht auch auf den ersten Platz, wo wir weg sind. Und das aus, oder? Tschüss. Tschüss.